Habt ihr alle schon einen Friseur-Termin gehabt? Sind alle schön geschwiegelt? Meine Haare sind ja ... Na gut, bei dir ist ja auch, wenn du beim Friseur warst, sieht das auch nicht anders aus. Da ist keiner! Husten! Okay. ok wer macht uns hier fertig? puh Junge, Junge hier auch Echse ich hab auch gedacht, wir haben trockene Füße heute hat einer gesagt Alter erhebt mir aber die Poppe oh Noni ah 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 oh ah 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 Jupp! Ah, der ging! Haha! Boah, scheiße! Boah, durchgeschlagen! Die restlichen hatten wir fast alle. Also jetzt könnten wir nochmal fahren, würde ich sagen. Gucken wäre doch besser gewesen, glaube ich. Hast du gepumpt? Nein, ich habe kurz vor Ersten nicht geschissen. Ja, aber wenn du Geschwindigkeit drauf hast, musst du gar nichts machen. Das ist immer nur... ...und dann einس Chandra. Ah, ich bin schon gebacken, Alter! Ich bin schon gebacken! Ich bin schon gebacken! Ich bin schon gebacken! da war jetzt der dritte trail wo ich am anfang keinen kleinen gang drauf hatte und denke immer bergauf ich so kacke, bin immer hängen geblieben ja 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 sehr schön echt geil aber voll tut's jawohl die Füße sagen dankeschön ich bin dafür der Pascal der Schrup gleich unsere Bikes hier Alter, verdammt! Das ist das gleiche Ding, oder? Das ist das gleiche Ding, oder? Das ist das gleiche Ding, oder? Alter, ich habe mich aber jetzt geschlaucht, das Ding, oder? Das ist ein schönes Ding, oder? Aber mehr Fritzen ging jetzt nicht und tiefer waren, jetzt bin ich aber nass bis an die Sacken Lass doch nicht überall durchfahren Oh, scheiße! Oh, diese Scheiß fützen wir! Gerade hatte ich warme Flüsse! Lecker! Oh, fun! Weißt du was er meint? Ja! Ja! Da hättest du aber auch nicht extra Bescheid sagen müssen, glaub ich, an dem Kicker Hast du den genommen? Bist du bei dem Kicker? Okay! Ja gut! Oder hast du den hier oben in dem... Nee, in dem wo du sagst hast Bei dem wird er auch nicht Wir haben ihn mal rollen lassen, aber da werden wir gerade mal rübergerollt Möchtest du? Ja. Das ist nur die Lachen haben, ey! Hahaha Das war's. Das war die Wurzel. Oh scheiße, das Ding meint sie. Da musst du dich wegschalten, weil du nimmst dir viel zu viel Schwung da weg. Ja, war sehr geil. Moment, jetzt gerade. Oh, die nackte Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Ja, die nackte Wahrheit. Ja, vielen Dank, dass ich mitfahren durfte heute bei den Enduro. Schön, dass du dabei warst. Und bei dir in deinen Homeplace, Pascal. Gerne, jederzeit wieder. Da ist immer alles dabei. Das war echt klasse. Hat Spaß gemacht. Und Bier dabei. Das ist doch richtig geil. Tschüss. Tschüss. Prost. Prost. Schöne Kollektion hier. Jetzt kannst du die Hose noch ausziehen. Nein, das muss jetzt nicht sein. Okay. Ah, schön. Tschüss. Schau. Tschüss. Tschüss.